Dann starten wir mit der Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel Darmstadt gegen Rostock. Endstand 4 zu 0. An meiner Seite begrüße ich die beiden Cheftrainer Jens Hertel und Thorsten Lieberknecht und wie gewohnt das erste Statement zum Spiel auch hier von unserem Gästetrainer, Herr Hertel. Ja, also zuerst einmal Glückwunsch an Thorsten und an sein Team. Ich glaube, sie sind der verdiente Sieger dieses Spiels. Da gibt es keine zwei Meinungen. Wir haben unseren Teil gerade, glaube ich, in der Anfangsphase dazu beigetragen mit den zwei schnellen Toren, die natürlich Darmstadt ein Stück weit auch noch mal in die Karten gespielt haben, die es für sie vielleicht auch noch mal einfacher gemacht haben. Das Publikum war da und da hatten wir schon noch in der ersten Halbzeit, mussten ein bisschen umstellen. Hatten wir eine Weile schon noch gebraucht, bis wir uns sortiert haben. Ich glaube, so gegen Ende hatten wir dann auch Endzweil Situationen, wo wir uns mal gut durchgespielt haben, wo wir mal ein bisschen längeren Ball hatten, aber insgesamt zu wenig. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit sind wir gut rausgekommen, waren wir gut im Spiel, bis dann eben das 3-0 nach dem Standard. Ein bisschen ärgerlich, immer ein bisschen einfach und haben dann direkt eigentlich die Chance, Kevin Schumacher, den er dann halt den Pfosten legt. Wenn wir da noch mal irgendwo auf 1-3 rangekommen wären, wäre es vielleicht noch mal ein bisschen ein anderes Spiel gewesen. So gab es ja noch diesen Elfmeter nach Wahreingriff jedenfalls, stand es dann am Ende 4-0. Ich glaube, wir haben es dann hinten raus seriös runtergespielt, dass wir eben nicht noch mehr Tore kassieren. Aus meiner Sicht verdient die Niederlage, aber ich würde schon sagen, ein, zwei Tore auf jeden Fall zu hoch aus meiner Sicht. Und trotzdem muss ich eben auch sagen, dass Darmstadt, wir haben ja jetzt schon ein paar Spiele gemacht, das war heute das vierte, eigentlich auch so bis jetzt die beste Mannschaft war. Sie haben es, so wie wir es in der Vorbereitung auch gesagt haben, sehr unangenehm, sehr spielstark und trotzdem können sie eben doch mal ganz einfach mit dem langen Ball alles überspielen und setzen sich dann doch fest im letzten Drittel. Und deswegen, wie gesagt, verdient der Sieger dieses Spieltages heute aus. Ja, und wir müssen uns jetzt kurz schütteln und das werden wir auch tun. Und ich glaube, dass wir nächste Woche gegen St. Pauli wieder ein besseres Gesicht zeigen. Vielen Dank, Herr Hertel. Thorsten, wie hast du die 90 Minuten gesehen? Erstmal danke, Jens, für die Glückwünsche an meine Mannschaft. Ich war tatsächlich nicht ganz zufrieden in der Halbzeit, auch wenn wir 2 zu 0 vorne lagen. Mir waren viele Dinge, die mir nicht gefallen haben, gerade in der individuellen Passqualität, in der Passtechnik, da haben wir uns viele Sachen, die wir eigentlich vorgenommen haben, wie wir besser vor die Kette spielen von Rostock, haben wir uns mit schlampigen Pässen eigentlich zunichte gemacht. Das hat mir nicht gefallen. Und so wie Hansa Rostock sich jetzt in der Saison präsentiert, besteht halt immer latent die Gefahr, dass du ein Tor bekommst, weil ich sie eben ähnlich sehe als Mannschaft, die nicht nur physisch unangenehm ist, sondern auch ein Spielstiel hat, der wirklich sehr unangenehm sein kann. Auf dem Platz neben der Physis einen Bröger zu haben, der auch viele Dinge aufreißen kann. Deswegen war es da am wichtigsten, und das haben wir über 90 Minuten hinweg bis auf ein, zwei Ausnahmen gemacht, haben wir eine sehr, sehr gute Defensivleistung gezeigt. Wir waren bereit, viel zu investieren im Spiel gegen den Ball und haben die Tore gebraucht, um das Spiel letztendlich zu gewinnen. Weil, wie gesagt, die latente Gefahr war immer da, und ich war auch nach dem 3-0, Jens hat es gerade gesagt, es gab dann diese Chance, da war ich nie ganz ruhig, erst mit dem 4-0. Da war ich dann mir sicher, dass wir das Spiel wirklich nach Hause bringen. Die Mannschaft hat ein paar Dinge wirklich sehr gut umgesetzt, aber auch einige Dinge, wo ich sage, da müssen wir uns einfach, ja, müssen wir uns gerade, was das Passen angeht, da müssen wir einfach mehr Verantwortung in den Pass reinbekommen. Auf vielen Positionen, wo wir uns da wirklich viele Dinge, die wir gut vorbereiten, dann kaputt machen. Ansonsten bin ich natürlich happy, dass wir das Spiel gewonnen haben, weil, wie gesagt, wir hatten großen Respekt vor Hansa Rostock. Weil es eben eine Mannschaft ist, die sich mit Sicherheit mehr als behaupten wird. Wir haben auch einen Türöffner gebraucht, das war eben der Fehler zum 1-0. Wobei ich da sagen muss, ist dann eben halt auch, wenn wir im Profifußball sind, da kann man schon mitleiten. Und vor allen Dingen weiß man aber auch, dass Marius Kolke natürlich ein überragender Torhüter ist, der nicht schon viele Spiele und viele Punkte für Hansa Rostock gehalten wird, sondern auch das Ding hier abschütteln wird. Und deswegen, für euch, schenzen deine Truppe alles Gute für die kommenden Spiele. Vielen Dank, Thorsten. Kommen wir nun zu euren Fragen, wenn es denn welche geben sollte. Kurzes Handzeichen und dann aufs Mikro warten, bitte. Erik Hartmann vom Darmstädter Echo. Ja, ich wollte zu Beginn mal auf den zweifachen Torschützen eingehen, Philipp Tietz. Letzte Woche haben Sie ja gesagt, oder letzte Woche war es ja ein unglücklicher Auftritt in seiner Heimat in Braunschweig. Haben Sie unter der Woche nochmal mit ihm gesprochen? Er wirkt ja heute schon wieder gut in Form, sagen wir mal so. Ne, ich musste nicht, doch, ich hatte kurz mit ihm gesprochen, da ging es mir aber eher um die Situation, er ist halt ein junger Spieler und in so einem emotionalen Spiel wie in Braunschweig, seiner Heimatstadt, ging es ja mehr so um die Tatsache, wie kriegt man da Ruhe rein, wenn man so ein Spiel bestreitet im Vorfeld einer Partie. Also da habe ich drüber mit ihm gesprochen. Aber alles andere ist, und das haben wir heute gesehen, ihm tut das Tor gut. Er hat sich dann, und ich glaube, das war dann halt auch das Spiel, was er auch gerne liebt, eben physische Präsenz gegen Fröde, Rosbach, Malone zu zeigen und zeigen zu dürfen. Und da hat er heute dann wirklich viele, viele Bälle sehr gut festgemacht und hat sich in diese Partie reingearbeitet. Und klar, beim ersten Tor hat er geschaltet und chipt ihn trotzdem noch rein, muss er auch erstmal drüberbringen, nochmal den Ball. Und dann, ja, Eckstoß, wir haben letzte Saison, haben wir Leitfolter fahren müssen, die Rostock zweimal haben wir auch einen Eckball kassiert, da haben wir auch Respekt davor gehabt, weil sie eben sehr, sehr kopfballstark sind. Deswegen freut es mich heute auch, dass wir ein Standardtor geschossen haben. Und wichtig ist bei ihm, dass er dran geblieben ist, aber ansonsten habe ich in Ruhe gelassen, weil man kann es ja auch mal einen Elfmeter verschießen. Ich würde nochmal eine allgemeine Frage stellen zu dem Sieg. Also 4 zu 0 war ja eigentlich nie gefährdet. Sie haben jetzt vor dem Spiel gesagt, Sie kommen langsam ins Rollen. Darf so ein Sieg dann auch mal als Statement an die Liga verstanden werden? Ach, totaler Quatsch. Also die, nicht falsch verstehen, aber das ist wirklich totaler Quatsch. Wir sind froh, dass wir jetzt echt neun Punkte haben, weil alle Punkte, die du jetzt holst, helfen dir eben, dass du mal bei dem Ganzen, was da unten eben auch rumschwirrt, dass du da weg bist, dass du deine Punkte sammelst. Das ist jetzt das Wichtigste. Ansonsten ist es auch heute, ich habe schon eher das Gefühl gehabt, jetzt im Gegensatz zu ihm, dass er schon auch immer mal gefährdet war, dass man eben schnell so ein Spiel schnell kippen kann. Und deswegen ist es ein weiterer Sieg jetzt, der wichtig ist, weil der nächste Gegner Hamburger SV heißt. Und da tut es gut, mit einem Sieg hinzufahren, weil auch dort die Trauben sehr hoch hängen. Gibt es noch weitere Fragen? Sehe ich nicht. Dann wünsche ich euch... Ja, ich würde auch noch eine stellen. Dann stelle noch eine. Ich bitte noch mal was zu Christoph Zimmermann fragen. Ich meine, der ist ja jetzt erst seit ein paar Wochen da, hat heute gespielt, als hätte er irgendwie gefühlt schon hundertmal das Lilientrikot getragen. Können Sie vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zu seiner Leistung sagen? Sie hatten ja schon gesagt, Sie waren sehr zufrieden mit der Defensive. Ich glaube, er hat in der zweiten Halbzeit, also defensiv, hat er sehr, sehr viele Zweikämpfe bestreiten müssen. Und auch da gegen John Verhoek ist es wirklich auch immer Massivität gefragt. Da hat er seine Erfahrungen reingebracht. Die zweite Halbzeit fand ich einen Bären stark. Da hat er wirklich komplett alles aufgeräumt, hat gute Situationen gehabt. Er ist ein Profi durch und durch und tut der Mannschaft eben komplett gut mit seiner Art, wie er das Spiel versteht, wie er die Infos weitergibt an die Truppe. Und deswegen haben wir ihn ja auch geholt, dass er uns diese Stabilität verleiht. Und das hat er heute eindrucksvoll dann gezeigt. Insbesondere fand ich in der zweiten Halbzeit. Da war er dann schon massiv, auch nach der Umstellung. Gerade da über die Seite mit Schumacher nochmal die tiefen Positionsläufe, die hat er dann eben auch mit Erfahrung ablaufen können. Da war er richtig stark. Aber wie gesagt, das Hauptding ist, er ist Profi durch und durch. Wie er eine Woche vorbereitet, wie er so ein Spiel vor- und dann auch wieder nachbereitet, das ist à la bonne heure, das ist eigentlich eine Sensation. Alle Fragen gestellt, Erik? Super. Dann wünsche ich euch allen ein schönes Restwochenende und unseren Gästen natürlich eine gute Heimreise nach Rostock. Danke.